was geht ab meine lieben freunde und herzlich willkommen world's finest gamer am start und in diesem video seht ihr das video was ihr eigentlich erst morgen sehen solltet eigentlich wollte ich ja heute für euch einen brandneuen unlimited money glitch hochladen das habe ich euch auch gestern im video versprochen gehabt dass heute ein money glitch kommen sollte aber leider ist das heute nicht möglich ich habe gestern abend ja noch einen kleinen live stream zusammen mit luchy nummer eins gemacht und nach diesem live stream wollte ich dann zusammen mit luchy nummer eins den neuen money glitch ausprobieren diesen dann für euch aufnehmen so dass ich ihn hätte heute für euch hochgeladen wir haben auch wirklich lange rum probiert aber keiner von uns hat diesen glitsch hinbekommen weil rockstar games diesen glitsch gestern schon gepatcht hat der alte money glitch den den ich ursprünglicherweise mal an weihnachten für euch hochgeladen habe der mit der firmengarage mit der tuning werkstatt dort wo wir uns die ganzen elegies dupliziert haben der ging in etwa jetzt drei wochen und der neue money glitch ging nicht mal einen tag und aus diesem grund kommt halt heute schon das video was eigentlich morgen kommen sollte leute es tut mir wirklich leid für euch dass ich euch heute keinen neuen money glitch zeigen kann aber ich kann auch nichts dafür dass rockstar games so scheiße ist und den neuesten money glitch schon nach nur einem tag patscht jedenfalls habe ich im dezember ja mal gesagt dass ich jetzt gerne einmal im monat ein faq video machen möchte und mein letztes faq video war halt im dezember und deshalb würde ich jetzt gerne mal wieder eins machen da ja schon jetzt mehr als ein monat zeit vergangen ist also wenn ihr jetzt irgendwelche fragen an mich habt haut diese einfach unten in die kommentare und ich werde mir dann nächste woche ein paar fragen raussuchen und dann ein faq video für euch machen so leute ich habe jetzt alles gesagt was ich in diesem video sagen wollte und deshalb bin ich jetzt mal raus lasst mir ein like da wenn euch das video gefallen hat und dann sehen wir uns auf jeden fall im nächsten video wieder bis dahin macht's gut bleibt gesund haut rein und ciao